So, Jemenicicix. Willkommen bei Backgammon Plitz. Ja, da geht doch schon los, hei. So, was ist denn da überhaupt? Ich hab's ja erst gedacht, das wär Mühle oder sowas, wie von früher. Wo man auch mit den schwarzen Runden, mit den weißen Runden halt überspringen kann. Ja, sowas wie Schach. Ja, hier mit den kommigen Dreieck rumgespringen, da weiß ich nicht, komm ich nicht mit klar, oder? Kommt niemand mit klar. Versteh ich schon mit. Ja, Event Completed. Keine Ahnung, was da gerade war. Ja, Hauptsache ist da, was? Eine schöne warme Tasse schwarzen Kakao. Gah, fällt mir. So, schön warmer Kaffee. So, wichtigste da. Ja, sonst keine Ahnung, ey. Ja, das war Backgammon Plitz. Ja, das war Backgammon Plitz. Ja. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020